Herzlich Willkommen zum neuen Parkauf! Bravo ist unterwegs, ProPix soll sich bereithalten, sind unterwegs, Ende. Oh, das war die Demo-Mission damals. Ja, da haben wir noch Demo-Mission zu lesen. Das Gebäude soll unter Sperrfeuer nehmen, wir müssen vorwärts. Jetzt aus Nachtsicht umschalten. Na klar. Ich seh zwar nichts, ich schieße trotzdem mal. Ich seh echt gar nichts. Ganz ehrlich, Nachtsicht war ja gerade Quatsch. Ne, konnte ich mich noch erinnern. Ich seh nichts, jetzt brauche ich noch nicht. Schienengewehr. Ne, sie nieder, schießt durch die Wand auf sie. Habe ich doch. Es ist aber keiner mehr. Achtung, weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort dorthin. Verstanden, wir arbeiten dran. Over! Der Feind auf offener Fläche! Sicher! Sicher! Ich habe ihn erledigt. Oh. Sicher! 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 Ich seh hier leider zu mir, ich muss die Tür pas. aber da. Guten Tag. Sir, die gibt's dann, weil sie da draußen. Klappe halten und nagen wir sie weiter fest. Verstanden! Schwerfeuer! Die Granate will ich ja nicht. Wie komme ich denn da jetzt hin? Da. Ah ja. Der gehört mir. Guck dir mal so einen Kopf raus. Aber langsam nervst du den Granaten, ne? Oh, ein bisschen Sperrfeuer von der Seite. Oh. Hallo? Ist ruhiger geworden, ne? Ist da oben? Oh. 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 Ziel zerstört! Ich sollte in den ersten Stock. Dann sollte man vielleicht auch mal die Leute wegschießen. Mein Gott. Michael Gorbatschow. Die Welt akzeptiert wieder einen Diktat. Oh mein Gott. Jackson, den Panzer da mit dieser Javelin ausschalten. Feuer auf die Fahrzeuge am anderen Ende der Brücke. Beeilung. 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 Ziel zerstört. Nicht genügend Platz zum Feuern. Die wollen extra, dass ich hier gehe. Und boom. Wo kommt's denn? Gut gemacht. Da stand der Typ davor. Guter Schuss, Mann. Okay. Das war der letzte. Okay. Das ist nur meine Laufel. Das ist nur meine Laufel. Oh. Wo zum Teufel seid ihr? Wir sind fast da. Durchhalten. Könnt ihr mal auf mich warten? Was hat er da gerade noch zu tun? Das ist eine super Gasse, wo ein paar Leute kommen können. Ne, hier gibt's keine Gegner, komischerweise. Oh, das hier ist eine Multiplayer-Map. Nein, 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 ich krieg die nicht. Oh, ich lebe noch. Was war das denn gerade für mich? Geflex. Immer noch nicht durch. Immer noch nicht durch. Immer noch nicht durch. Also, diese Gegner-Horden, bis man so einen Trigger erreicht. Das nervt, echt. Das hätte ich früher... Und wenn mich irgendjemand gefragt hätte nach Modern Warfare 1, wie gesagt, super Geschichte. Super vom Timing her. Oh. Jetzt wird weiß. Bravo 6, Achtung, mehr Feinde sammeln sich westlich von ihrer Position, Over. 2 Charlie, Bravo 6, erbitte Luftunterstützung für Feuerwehrmiss, Over. 2 Charlie, Bravo 6, südlich von ihrer Position befindet sich eine feindliche ZPU. Bevor sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken. Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen. Lopez, Gaines geht in Deckung. Alles klar, dann los, sichere den westlichen Zugang. Ich hab Arsch hier. Fick dich. Das hab ich echt nicht so in Erinnerung. Ich weiß, dass ich, ich hab das mehrfach durchgespielt und ich konnte es irgendwann nicht. Ich laufe. Bevor sie die nicht erledigen, können wir keine weiteren Hubschrauber schicken. Jackson, finde diese ZPU und schalte sie aus, damit wir Luftunterstützung bekommen. Lopez, Gaines geht in Deckung. Alles klar, dann los, sichere den westlichen Zugang. Bewegung. C4 an der Kanone, Bewegung. Die Lichteffekte sind schon echt nett, ne? Gute Arbeit, jetzt auf Sicherheitsabstand. Wir sind soweit. Jackson, mach schon. Alter. Jackson, Luftunterstützung unterwegs, aber ich brauche die genaue Position. Platiere ein IR-Signal und ziehe die Aufmerksamkeit auf dich. Over. Äh, wie war das denn? Die schießen ja alle auf dich. Was soll denn das? Was? Womit war denn das? 20 Meter, ich muss erstmal hier rüber. Ach hier. Das war nur gescriptet, aber es sieht schon ganz nett. Ich bin einer von Al-Qaida. Ah, la, la, la. Das ist erst so heiß ist, damit wir den Panzer wegkriegen. Verstanden. Sie sind auf dem Weg. Gute Arbeit. Over. Bei Panzer läuft von mir. Auf, Panzer. Hallo, Panzer. Das war übrigens die Taktik. Genau so sind wir vorgegangen. Wir haben nicht viel Zeit, den Panzer rauszubringen. Wir nehmen Verteidigungspositionen um diesen Sumpf hier ein. Hier und hier. Verschaffen wir den Technikern etwas Zeit, um ihn flott zu machen. Hurra. Hurra. Auf den, Hurra, hier. Kommt jetzt wieder. Halt. Vielen Dank.